Wir hören wieder das Meerrauschen. Kommt uns das etwa bekannt vor? Ja, hier waren wir schon mal und haben versucht immer wieder zu flüchten. Wieso kommen wir dann immer wieder zurück, wenn wir schon geflüchtet sind? Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Monstrum. Es gab anscheinend irgendwelche Updates und ich hoffe, ihr lügt mich nicht an, nur damit ich dieses Spiel wieder spiele. Ich hoffe, wir werden auch das neue Monster sehen. Es soll da ein neues Monster geben. Und ja, schauen wir uns einfach den Schüssel nochmal an. Let's go! Okay, dann lassen Sie erstmal hier diese Etage untersuchen. Hallo, gibt es hier schon irgendetwas? Nur ein paar Notizen, die interessieren uns sehr. Die werde ich am Ende mir durchlesen, ja. Okay, aber erst wenn ich alle Notizen habe. Ich will ja auch kein halbes Buch lesen, ne? Okay. Und ihr glaubt es mir. Ich meinte, hab ich das gerade laut gesagt? Fuck. Mal schauen, was wir jetzt finden. Wir haben einen Rucksack, das heißt wir können mehr tragen. Das ist schon mal sehr gut. Eine Eieruhr nehmen wir mit, um das Monster abzulenken, welches auftauchen wird. Ich bin gespannt, welches. Ich bin gespannt, was für ein Monster am Besuchen kommt. Ich höre noch keinen. Oder sowas. Ähm, schon mal zwei Fuses, sehr schön. Komm auf. Vielleicht ist das Spiel jetzt auch ein bisschen einfacher geworden, weil es war ja schon ein bisschen heavy. Aha. Wir haben noch einen. Komm, nehmen wir mit, wir haben Platz. Ähm, oh, da ist eine Zahl. Oh nein, das Licht flackert. Ist das wirklich der Geist? Nein, bitte, bitte nicht der Geist. Bitte nicht der Geist, alles nur nicht der Geist. Was ist das? Schlüssel für den Helikopter? Okay, gut, die wollen echt, dass ich mit dem Helikopter flüchte. Die wollen echt, dass ich mit dem Helikopter flüchte. Na gut. Dann werde ich über die Wolken schweben Und hoffentlich keinem Gegner hier begegnen Na, 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 na Mann, ich muss mich hier gerade vom Monster verstecken Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, sehr gut Aha Ah, 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 ah Oh, oh, nein, 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 nein Ich wollte nur nicht, nur mein Radio hören Hier, hör mal, ist mein Lieblingssong Hör mal, hör mal, hör, er hat mich Er hat mich umgebracht Ach, komm schon Blödes Kackspiel, Kackwurst, Kack, Kack Ey, ich wollte, ich wollte ja eh das neue Monster sehen Also, es ist ja scheißegal, so, warte mal Die Notiz nehmen wir mit Hier eine Notiz Das nehmen wir mit Vielleicht war das die Rache auch dafür, dass ich die Notiz nicht lese So, weiter geht's Immerhin haben wir den Geist wieder gesehen, ne Den tollen Geist Für das U-Boot Das U-Boot ist ja am schwersten Haben wir aber auch schon geschafft Haben wir aber auch schon geschafft Warte, 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 warte Die Fuse einstellen und gleichzeitig das öffnen Oh, ich hab mich erschrocken Was ist das? Das war ein gruseliges Geräusch Ich bin mir noch unsicher, was es genau ist Ah, schon wieder ein Helikopterteil Verdammt nochmal, der Helikopter ist richtig nervig Weil Dann musst du da so Sachen finden Okay, für die anderen Sachen auch Aber du weißt schon, was ich mein Du weißt schon, was ich mein Hallo? Wisst ihr, was ich glaube, was es ist? Ich glaube, das ist unser kleiner Wackelpudding-Freund Aber ich glaube, das ist unser kleiner Wackelpudding-Freund Ich glaube, der Ich glaube, der schleicht sich herum Fidi-Bum-Sum-Sum War es schon immer hier so dunkel? Naja, das Ja, das sind eindeutig die Durchfallgeräusche Eindeutig die Durchfallgeräusche Gut, dann pass mal auf Wir können ja hier schon mal loslegen Einmal durchschnippeln Alles klar Sind wir nicht letztens auch sogar geflüchtet mit Also wir sind von diesen Wackelpudding-Dingen Mit dem Helikopter geflüchtet Ja, das war's So, alles klar Und dann müssen wir das hier auch noch aufschießen Ja Aufschließen, meinte ich Und hier muss auch etwas rumliegen Gott, ich hoffe, der Typ taucht hier jetzt nicht auf Rauf, die Scheiße Da ist es So, den Schieb ihn, schieb ihn ruhig weg Schieb ihn ruhig weg Nimm ihn Hab keine Angst davor Hab keine Angst davor Er hat mehr Angst vor dir, als du von ihm Zitter nicht so Zitter nicht so Zitter nicht so Hab keine Angst Hab keine Angst Wissen Sie, ob das Richtige? Herr Lampt doch mal Ja, das muss aber andersrum Ach, komm schon Oder geht das? Komm, nimm mit Nimm mit den Schlauch Nimm ihn Ach Gott, ich muss es einmal drehen Ach, das gibt's doch nicht Nein Nicht einmal drehen Nein Jetzt hör dich doch auf zu ducken, du Dödel Tu das daran Okay, und jetzt muss ich die Fool einfügen Das kommt hier rein Alles klar, alles klar, alles klar Und Nein, wir brauchen Diese Geräusche hab ich nicht wirklich vermisst Diese Geräusche hab ich wirklich nicht vermisst Okay, Leute Wir brauchen nur noch Wir brauchen nur noch mehr solcher Oh Gott Wir brauchen nur noch mehr solcher komischen Ähm Dinger Junge, wenn ich mein Feuer lösche Jetzt Ah Ah Hier gibt es nichts zu sehen Das ist die Daumen Kleine Hier sind nur Daumen Unterwegs Okay, er geht weg Er geht weg Oh, es wird schon viel aggressiver, ne Wie viel muss ich nochmal finden? Ich glaub, drei Stück oder so Steht auch, glaub ich, hier, oder? Äh, Escape Helicopter Äh, Cut Oh nein, man hört ihn rum Torkeln Wo war dieser komische Maschinenraum? Wo war der? Der war wichtig Da gab's auch ne Menge Zeug Ah Ha Hier Hier Jetzt müssen wir schnell beilen Ich hab ihn gerade hinter mir gehört Oh, die Taschenlampe Oh, die Taschenlampe gibt den Geist auf Oh, nein Ähm Fuse haben wir auch schon benutzt Verdammt nochmal Äh, ne neue Taschenlampe wäre nicht schlecht Wäre echt nicht schlecht, Mann Auf jeden Fall hab ich das Gefühl Die Taschenlampen gehen schneller aus Scheiße Komm, wir müssen runter Da, da, da Solange wir noch alleine sind, ist alles okay Solange wir noch alleine sind, ist alles okay Wir haben auch noch einen Feuerlöscher Ah Hier ist jetzt was für den Schlauchboot Ist das dein Ernst? Äh, oh Oh nein Oh nein, da kommen Geräusche Und hier ist jetzt was für das U-Boot Nein, ich will Warte mal, hab ich da nicht alle Ich hab alle Sachen fürs U-Boot Dann Mir fehlt da nur noch Kann ich das hier jetzt ablegen? Das brauch ich eigentlich nicht mehr Nein, 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 nein Wo ist das? Nein, nicht los! Du sollst nicht los! Wieso tut er das? Immerhin wollte er gebildet sterben Himmel, Arsch und Zwirn Wo ist denn jetzt das neue Monster? Verdammt nochmal Jetzt kommt wahrscheinlich der mit der Fab-Hanters Oder wieder der Geist Irgendeiner von denen Das ist eine Luftpumpe Das ist eine Luftpumpe, das ist eine Luftpumpe Okay Ich brauch aber keine Luftpumpe Ich brauch, äh Jetzt haben wir natürlich die restlichen Teile für dieses blöde Äh Für das blöde Schlauchboot Was brauchen wir denn noch? Wir haben hier das Klebeband Da hinten die Pumpe Wir könnten eigentlich Ah, Helikopter schmeiß ich mal weg Weg Das ist auch weg Ähm Wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch die Ketten Die Ketten für den Fürs Schlauchboot Die Ketten für das Schlauchboot Die sich hier befinden Nein? Scheiße Hallo, liebe Pumpe So, wo war nochmal das Klebeband? Das Klebeband war hier Alles klar Und los geht's Gehen wir mal ganz nach unten Oh, warte mal Die Messhalle Ne, hier waren wir doch schon Ich möchte jetzt mal ganz nach unten Ganz nach unten Und dort mich ein bisschen rumtreiben Ähm Äh Da Okay Hier haben wir schon mal das hier gefunden Wir könnten ja mal Ne, warte mal Hier wollte ich ja gar nicht hin Doch, hier wollte ich eigentlich so So ein bisschen hin Warte mal Da können Wir haben Besuch Ach, scheiße Können wir schon mal das hier anstellen? Alles klar Oh, herh auf die Notizen zu lesen Verdammt Ähm Dann könnten wir auch gleich Hier Vielleicht finden wir noch das Schweißgerät Vielleicht finden wir das Schweißgerät Da hab ich auch gehört, dass man das hier vor die Schächte schieben soll Das Ding ist nur Hier gibt's mehrere Schächte Aber nur einen von diesen Dingern Da muss man dann irgendwie Zuhören und hören Woher das Ding da kommt Und dann den Schacht zumachen, ne? Ähm Ja Die Lichter haben wir auch montiert Alles gut, alles gut Und jetzt heißt es Abhauen In dem wir das Scheißgerät finden Das Schweißgerät Das Scheiß-Schweißgerät Wo ist denn der Typ? Die, 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 die Da kommt meine Rache Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Liegen hier irgendwo Sachen rum Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ich hab keine Lust mehr Wo sind die neuen Monster?